Ein Hase! Ja, liebe Freunde, Bauerausen streuen da noch eine zweite Gabe vor am Mondsaalpeter auf meinen Raps. Ich streue da 300 Kilo die Hektar und das reicht dann. Hier auf diesem Fell waren letztes Jahr Eiweisserzen, also Futtererzen. Und man sieht es, das ist immer die beste Vorschrift für alles. Der Raps ist sehr schön.